Gehe sanft mit deinen Emotionen um. Nachdem wir eine Zeit lang Meditation praktiziert haben, sehen wir vielleicht nach und nach ein paar Lücken im Strom unserer Gedanken. Uns wird allmählich klar, dass unser Geist im Grunde offen, klar und neutral ist. So erfrischen solche Erfahrungen auch sein mögen, diese Einblicke in unseren grundlegenden Zustand kommen bei unerfahrenen Meditierenden nicht oft vor. Erstmal kommt eine ganze Reihe starker Emotionen hoch. Das Interessante an Emotionen ist, dass sie, wie sämtliche Gedanken, weder als gut noch als schlecht für unsere Meditationspraxis angesehen werden. Sie sind bloß der energetische Bildschirm unseres Geistes. Sie sind Gedanken mit einer Menge Energie dahinter. Wenn wir uns zum Meditieren hinsetzen, denken wir dabei vielleicht an unsere bevorstehende Geburtstagsparty, stellen eine mentale Checkliste für Montagmorgen auf, schwelgen in wilden Fantasien über den Barkeeper in unserem Lieblingscafé oder fühlen uns schläfrig, weil wir letzte Nacht erst um zwei Uhr früh nach Hause gekommen sind. Wie sämtliche Arten von Gedanken nehmen wir auch diese sanft wahr, erkennen sie als etwas anderes als unsere eigentliche Beschäftigung und wenden unsere Aufmerksamkeit wieder dem Atem zu. Und dann kommt eine starke Emotion hoch. Diese können wir nicht so leicht umschiffen, weil sie sich so unglaublich real anfühlt. Es ist, als wäre sie körperlich in uns anwesend. Wenn wir Ärger verspüren, wühlt dieser Gedanke unseren Magen auf und unsere Muskeln spannen sich an. Fühlen wir Liebe, verleiht das unserem Dasein eine gewisse Leichtigkeit. Wenn etwas uns das Herz bricht, fühlen wir uns im wahrsten Sinne des Wortes so, als bräche unser Herz in zwei. Es ist nicht leicht, so etwas als Denken zu bezeichnen und sich davon abzuwenden. Als erstes solltest du dich daran erinnern, dass deine Emotionen nicht deine Feinde sind. Sie sind fließende, offene Erfahrungen. Sie sind der Dreck, der im Wasserglas umherwirbelt, bevor er sich auf dem Boden absetzt. Wie der Dreck im Glas werden auch deine Gefühle nicht ständig auf der Oberfläche umhertanzen, wenn du sie nicht immer wieder aufwirbelst. Anders gesagt, nicht deine starken Emotionen bereiten dir Schwierigkeiten, sondern die Tatsache, dass du abhängig von ihnen wirst. Dafür gibt es im Sanskrit ein Wort. Kleeschas Kleeschas lassen sich am besten als schmerzhafte Emotionen übersetzen. Das Gefühl, dass dein Geist außer Kontrolle gerät, wenn du am Haken starker Emotionen zappelst. Traditionell treten Kleeschas hauptsächlich auf fünf Arten in Erscheinung. Sie sind ein festsitzendes Gefühl von 1. Leidenschaft oder Anhaftung 2. Aggression 3. Unwissenheit oder Vorurteil 4. Stolz 5. Eifersucht Wir haben alle schon Erfahrungen mit diesen fünf Emotionen gemacht und wissen, wie schmerzhaft es sein kann, wenn sie uns am Haken haben. Es kann uns förmlich lähmen, wenn wir an nichts anderes denken können. Manchmal erleben wir vielleicht sogar all diese festsitzenden Emotionen zugleich. Wenn dir deine Verabredung für den Abend per SMS mitteilt, dass sie keine Zeit hat, sich mit dir zu treffen, erlebst du womöglich einen ganzen Tornado von Emotionen. Vielleicht denkst du, ich wollte mich darauf einlassen, aber jetzt fühle ich mich zurückgewiesen, also scheiß auf ihn. Er ist dämlich, ich bin unvergleichlich. Aber ich will einfach nicht, dass er jemals mit irgendeiner anderen ausgeht. Analysieren wir doch mal diese Vorführung der Kleeschas. Bis zum Augenblick der Absage warst du einfach voller Begierde auf diesen Typen. Als du dann die SMS bekamst, drehte dein Geist auf. Statt dich selbst in dem Moment zu fangen, bevor der Irrsinn losging, hast du dich auf das Schlimmste aller denkbaren Szenarien eingelassen. Es liegt an mir. Du fühltest dich zurückgewiesen und das verärgerte dich. Scheiß auf ihn. Um den Schmerz zu lindern, hast du dann einen Sprung zu einer weiteren Form von Kleeschas unternommen, nämlich dem Vorurteil. Er ist dämlich. Du musstest deine Eitelkeit schützen und bist deshalb noch schnell zum Stolz gesprungen. Ich bin unvergleichlich. Das Ganze hast du noch mit Eifersucht abgerundet, als wolltest du sämtliche Kleeschas komplett machen. Aber ich will einfach nicht, dass er jemals mit irgendeiner anderen ausgeht. An diesem Punkt bist du bereits ein grünes Ungetüm, das Bäume niedertrampelt. Hättest du dir selbst Einhalt geboten, bevor du dich in diese teuflische Spirale begeben hast, wärst du in der Lage gewesen, freundlicher auf diesen Typen zu reagieren und dadurch das Potenzial für deinen zukünftigen Umgang mit ihm oder auch für weitere Verabredungen zu wahren. Es ist nicht unmöglich, das hinzukriegen. Das Grundtraining dafür, dir selbst Einhalt zu gebieten, bevor du schmerzvollen Emotionen verfällst, ist, Überraschung, Überraschung, Meditationspraxis Durch die Meditationspraxis arbeiten wir mit der Energie des Gefühls als einer Erfahrung, die Veränderung bewirkt. Wir lernen unsere Emotionen kennen. Wir sollten nicht jedes Mal vom Kissen hüpfen, wenn wir das Gefühl haben, dass unsere Meditationspraxis zu heftig wird und dann losziehen und unsere Emotionen ausleben. Gleichzeitig müssen wir unsere Emotionen aber auch nicht gänzlich ablehnen und sie als negativen Aspekt unseres Geistes ansehen. Sanft und behutsam in unserem Gefühlszustand zu verweilen, ist der Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen. Indem wir beständig bei der Energie unserer Emotionen bleiben, lernen wir, sie als Spiegel unseres Geistes zu erkennen. Abkehr Obwohl das Meditationskissen einen erstklassigen Übungsplatz dafür darstellt, etwas über unsere emotionalen Zustände zu lernen, ist es wichtig, darüber nachzudenken, wie uns diese Gefühle während der 23,5 Stunden des Tages beeinflussen, in denen wir nicht meditieren. Wir sind es so sehr gewohnt, jede Emotion, die uns in den Sinn kommt, direkt auszuleben. Das bedeutet, dass wir schnell mal einen Witz reißen, der nicht ankommt, oder mit scharfen Erwiderungen kontern, wenn wir uns bedroht fühlen. Meistens verursachen wir Schaden, wenn wir uns von unseren Emotionen wie ein großer Hund an der Leine herumführen lassen. Glücklicherweise können wir, wie bei einem ungehorsamen Vierbeiner, ein Machtwort sprechen und Nein sagen. Wir können uns aktiv abkehren. Bedienen wir uns der Sanftmut des Tigers, können wir feststellen, wann ein Impuls aufkommt und gütig handeln, indem wir ihm nicht direkt folgen. Wir können dieselbe Lücke nutzen, die wir aus unserer Meditationspraxis kennen und so zum gegenwärtigen Augenblick zurückkehren. Wenn wir also ein paar neue Klamotten sehen, die wir uns nicht leisten können, ist es das Vernünftigste, unserer Begierde nach ihnen nicht nachzugeben. Tun wir es doch, überziehen wir bloß unser Konto und unsere Freunde müssen uns das Mittagessen spendieren, sodass auf lange Sicht alle Beteiligten unglücklich sind. Abkehr ist ein buddhistisches Prinzip, das oft missverstanden wird. Es hat nicht den Sinn, sämtliche angenehmen Aspekte unseres Lebens aufzugeben, damit wir eine Pfade langweiliger Existenz führen können. Die Idee dahinter besteht darin, das Unterscheidungsvermögen des Tigers in unserem Leben anzuwenden und zu sehen, welche Aspekte wir fördern und welche wir loswerden wollen. Davon ausgehend können wir uns sanft von den Aspekten unseres Lebens befreien, die wir als schädlich erkannt haben. Aspekte